Hallo, ich bin Eva-Maria Palm. Ich bin Radfahrerin und Studentin in Medien- und Kommunikationsmanagement. Mein Jahr 2015 startete so gut mit einem belgischen Meistertitel im Radcross. Danach hatte ich gesundheitliche Probleme und habe einen Monat nichts machen können. Dann habe ich mich aber wieder fangen können und habe hart gearbeitet und bin dritte auf der belgischen Meisterschaft auf der Straße geworden und konnte im Nachhinein auch noch mit zur Europameisterschaft, wo ich Ilfte im Zeitfahren wurde in Estland. Und Ende vom Jahr durfte ich auch mit Nourishment in Amerika zur Weltmeisterschaft, wo ich aber leider gefallen bin. Dieses Jahr fahre ich für das Kuga Ladies Cycling Team und ich hoffe, dass 2016 ein lehrreiches Jahr für mich wird, da ich jetzt von der Juniorenklasse in die Elite-Klasse gewechselt bin und mit älteren Mädchen fahren muss. Ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf eure Stimmen.